Und mit diesem Ejakulat, das aus Jonas Mund rauskam, wünschen wir euch ein herzliches Hallo zu einer weiteren Folge TTT mit dem Pump, den Smiley, mir, den Jona, dem Auge, Auge, den Max. Deiner Mutter. Und deiner Mutter, die ist richtig geil auch mit dabei. Die ist auch mit dabei. Die ist richtig geil mit dabei. Das ist cool. So, Dirk ist bei mir. Und wir starten wieder in ein feuchtfröhliches Spektakel vor der... Ah, und ich bin ja kein Traitor. Ich bin Traitor. Du bist Traitor? Okay. Ah! Ah! Der hat eine E-Sendary nach mir geworfen. Ah! Wie das gerade eben kommt. Okay, Dirk ist, Dirk ist, Dirk ist, Dirk hat Max vor meinen Augen weggeknallt. Oh! Ich komme nicht weg! Scheiße, ich sehe das oben rechts nicht, was der war. Okay, hört, ich laufe jetzt einfach nach der Zeit. Lol, der wird hier abge... What the fuck? Jona, 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 Jona. Nein! Konfirm doch erstmal die Leiche. Oh, wie du knackst, Alter. Ich knack. So. Was war Jona? Was war jetzt der andere? Ich muss... Ich sehe das oben rechts nicht, weil... Dirk ist Traitor. Drück doch Tab. Oh, ah ja. Ah, ja, stimmt ja. Jona, also, du bist okay. Du bist okay, mein Freund. Ich bin doch okay. Du bist okay. Du, äh, du bist... Aha. Das ist ziemlich verdächtig. Deiner haben. Sag mal, wo ist denn eigentlich der Goldblock? An meiner ist schon... Ja, da bin ich auch schon Goldblock. Ich bin zur Zeit am Suchen. Ich finde... Dass keiner aufpasst. Sorry. Wer hat den, wer, wer hat den eigentlich weggemacht? Ja, Jona hat Dirk weggemacht. Ich hab ihn weggeknallt. Ich hab ihn aber zugekauft. Also, Jona ist safe. Ja, ja. What? Ich bin... Der Typ, ey. Ja, was ist das da? Mein Penis. Nein, es ist nicht. Ja, ich lebe noch. Ich lebe noch. Alles gut. Okay, wenn das wirklich dein Penis ist, warum schwimmt der draußen auf dem Meer um? Lass mich doch durch. Ja, da ist reich, wir machen. Boah. Der macht was er will. Oh, ho, ho, ho. Genau. Also, da ist Auge, 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 ist diese Runde sehr sehr verdächtig. David. Warnenschatz, mich wollte ich aber nicht sehen. Miro, Auge, Auge. Jona. Hallo. 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 Ich bin der, der die Traitor schossen hat. Ich bin safe. Das ist schön. Warte mal. Dafür kriegst du auch... Warte mal, dafür kriegst du Brofist. Warte. Brofist. Das ist entweder Markus oder Daniel. Ja, damit bin ich safe. Ich bin hier hinten bei dem Traitor-Tester. Ich habe wirklich noch nie in meinem ganzen... Ja, du und Daniel können euch trotzdem betteln. Okay, wo bist du? Da. Bitter. Und er hat noch den Melan-Launcher. Wieso? Loll, ich kann den nicht aufnehmen. Was bist denn du für ein Affe? Bam. 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 Bam, also bam. Oh. Nachladen? Ja, der Munizium, ja. Bam. Loll. Ich habe den Fuß geschossen. Richtig, der Fuß schossen. Das war schön. Ja, das war schön. Das war schön. Das war mutterschön. Oh, ja. Schwarze. Lona, lass uns am Strand baden gehen. Ja, Schwarze. Ja, war Schwarze. Ich bin innocent. Loll. Wie jede Runde. Wie jede Runde. Wie jede Runde. Wie jede Runde. Jetzt bist du, glaube ich, Traitor, oder, Markus? Nein, bin ich nicht. Ich weiß nicht, aber ich will Schwanzin. Schwanzin? Schwanzin. Schwanzin? Schwanzin. Oh, äh, ja, Pumpkin tötet mich. Pumpkin tötet? Ich tötet dir gar gar nichts. Ja, Pumpkin ist frei zum Abschluss. Du hast einen Incendary in den Leuchtturm geworfen. Ich habe nur noch sieben, was ich habe hier wegen der. Pumpkin darf erschossen werden. Kommt einer in den Leuchtturm explodiert, Alter, dieser Leuchtturm ist, ich werde hier sterben. Ich habe den goldenen Dings gefunden, den goldenen Block gefunden. Okay, da ist gerade irgendwas im Leuchtturm explodiert. Ja, sag ich doch, da explodiert irgendwas im Leuchtturm. Wow, ich muss ganz langsam hier runter. Und Dirk ist da durchgelaufen. Jona hat den Goldblock. Okay, das ist gut. Das ist gut. Alle, alle mal zum, zum Treader-Tester. Das ist gut. LOL! Alter, du bist doch so ein Kack-Buhn. Du kriegst doch nichts geschissen. Du lässt selbst Wasser anbrennen. Ey. Alter, durch Fall-Damage gestorben, ey. David, du warst im Leuchtturm? So. Ich war im Leuchtturm. Ich bin runtergesprungen. Der ganze Leuchtturm war auf meinem Essen da. Es kann, es kann, es kann getestet werden. Ich glaube nicht, dass er Leuchtturm voll mit Incendaries war. Leute, es, es, es kann, es kann getestet werden. Ja, waren Incendaries drin. Mhm. Denen hab ich nur noch, sieben und als ich hab die. Ich schäu gerade im Nether. Ich würde dich töten, wenn ich dich sehe. Ja, mach das. Ich bin im Nether und bleibe da auch. Ob ich jetzt im Nether reingehe? Hallo. Jackduff ist tot. Wow, oh Mann. Nice one. Ja, war das schön. Ja, weil diese Leute, die einen random abfacken wollen. Wodurch bin ich gerade gestorben? Wer ist so gestorben und schafft? Ich höre nämlich immer regelmäßig gar nichts. Als ich von hinten erschossen wurde, nichts gehört. Ich bin einfach umgekippt, diesmal wieder umgekippt, nichts gehört. Magst du dir halt nicht von hinten. Magst du von hinten bist nicht ganz bestandhaft. Boah. Boah. Wieder was dazu gelernt. Wieder was dazu gelernt. Raste mal nicht so aus. Oh. Innocent. Wir sind alle innocent. Ich bin innocent. Du bist innocent. Wir alle sind innocent. Ich bin Schrader. Okay. Okay, cool. Hallo. Hast du überlebt, Dirk? Dirk? Was wird jetzt getötet? Der hat versucht, mich zu töten. Also Pumpkin ist es Pumpkin. Pumpkin ist schon wieder auf Kriegsfuß. Dirk hat es überlebt. Also, Pumpkin. Du bist kein Detective. Leute, ich habe einen Diskumulator auf dem Turm. Wir alle sind Detective. Ich bin Detective. Wir alle sind Detective. Dirk, Dirk, lebst du noch? Also nein, okay. Es ist Dirk, es ist Dirk. Es ist Dirk, Dirk hat ein Sparken. Dirk hat ein Sparken. Was kann der Sparken? Funkeln? Willst du mich verarschen? Ich habe Dirk einmal angeschossen. Was war? Ah, der Pumpkin war dann... Ich habe Dirk, nochmal angeschossen. Ich habe Dirk getötet. Hey, ich habe Dirk getötet. Jonah confirmed. Ja, alle haben Dirk getötet. Gib mir den Spalterkick. Gib mir den Spalterkick auf. Hä, wo bist denn du? Hallo? Ach, schau, da. Versteckt öffn' Dirk. Ja, äh, verbebstes Häscher hab ich mich gemacht. Da, ey. Die hat nicht zu gerne runtergeschissen. Runtergeschissen? Das ist aber auch für klar. Was ist der Spalterkick? Äh, er hat doch gerade den Spalterkick aktivieren wollen. Wahrscheinlich hat er das aufgehoben, als... Hat eigentlich hier wieder Minuspunkte. Ja, Max, du hast irgendwie nicht so... Ich hab doch gesagt, er hat den Spalter getötet und ich hab draufgeschossen. Uäh. Ja, äh, Dirk hatte doch bestimmt Credits. Belebt doch Jonah einfach wieder. Ich? Äh. Hallo? 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 Einer von euch beiden ist das hier, ihr könnt euch betteln. Ja, von wem? Ihr beide. Ich hab auf Dirk geschossen. Guck mal, wer da schon wegrennt. Ich hab den Goldblock gefunden. Das ist jetzt so zieh. Okay, komm, bring ihn her. Leck mich am Arsch, ey. Zweimal lass ich mir das nicht fallen. Max, ich hätte dir gerade einen Heller gegeben. Trader seh ich da. Lebt sich durch das Erd. Ah, wo haben wir denn? Surprise. Moment, Max, du hattest bestimmt ne Fade. Ich weiß, ich kann uns einfach nur warten. Oh, fuck. Anscheinend hat er kein Fade, oh. Ich auch. Oh, Alter, wie nice. Ich dachte, das geht schon los, ey. Ich hab überlegt, ob ich die Boxe. Dirk, wirklich? Ich hab mir keine in die Eier. Ey, wisst ihr, wie ich gerade eben geguckt hab? Ich muss so voll stolz sein. Den mach ich jetzt weg, geh nach unten. Ich seh nur noch. Baaah, Alter. Einfach mal instant weg, ey. Ich, ey, mein Blick, ich, ich. Was hätte ich jetzt dafür gegeben? Hätte ich die Kamera mit aufgenommen, ey. Was hättest du mir da gemacht, wenn du die Kamera aufgenommen hättest? Ja, dann hättest du meine Reaktion aufgesehen, dadurch, dass mein Kinn am Boden lag. Wenn du die Kamera aufgürmeltest. Also, die... Mein Gesicht aufgenommen hätte. So, jetzt. Ich nehm immer meine Kamera auf. Also, ist ja auch los. Das ist mein Kamera. Das ist mein Spannsperr in dem ganzen Video. Die Kamera, die einfach regungslos dasteht. So, ich nehm jetzt hier den Goldblock und ihr könnt mich mal schön anspucken. Irgendwann ist noch gestern die mit der Tür... Wow! Ich hab keine Ahnung noch mehr gesehen. Die Tür ist schon wieder... Lalalalalalalalalalalala. Lala. Der hat die Disco runtergeschmissen, hochgeschmissen. Der hat die krass... Oh nein, lass mich hier raus. 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 Da jallert gleich einer. Ich bleib so lange hier unten. Da jallert, Alter. Der jallert gleich einer. Oh, Entschuldigung. Sag mal, Max, bist du auch noch da? So, ich geh zu noch. Max? Da war er ja. Oh, lol, ich bin runtergefallen. Lol, wer ist da gerade eben jetzt... Oh, nehm ich mal, der Tester geht schon wieder die Post ab. Ja, ich komm hier nicht raus. Max? Ja? Also, ne, hier ist grad... Töte ihn. Er hat ihn in gerichtet. Ähm, ja, da unten steht jemand, Leute. Ne, da ist ja auch noch eine drin. Warte mal, den können wir doch mal testen hier. Achso, ne. Raus hier, raus hier, raus hier. Raus hier, raus hier, raus hier. Hä? Ich raffet nicht. Was war jetzt los? Ich habe die Traitorfalle unten aktiviert. Oh, ich habe das nicht gerafft. Ich denkst du die ganze Zeit, hey, was geht bei euch ab, Alter? Was ist da unten gerade abgegangen? Ich bin einfach auf dem Stein geklatscht. Äh, ja, das war diese Traitorfalle. Ich glaube, als ich in den Shop gegangen bin, um mir einen Juggernaut zu holen. Ja, da hast du deinen Kollegen mitgetötet. Hast du toll gemacht. Also, wenn du mit... Ich veranstellte da ein Zwergenschlacht fest und was macht Pumpkin? Erst mal neugierig gucken. Na, toll. Wenn du die Traitorfalle aktivierst... Immer wie sehr ausreden. Ich bin detective, wäre cool. Weil die Leichen verschwinden lassen. Ja, du hast mich auch verschwinden lassen. Ja, ich habe auch mich verschwinden lassen, stell dir vor. Ja, wie darfst kann man sein? Ich habe mehr getötet als du, also sei ruhig. Ja, du hast auch mich getötet, ganz ehrlich. Ja, äh, ja, äh. Das ist die Antwort. Ja, äh, ja, 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 ja. Ja, äh, ja, 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 ja. Ja, äh, ja. Ja, äh, ja. Ich bin zur Stelle, ich bin zur Stelle, ich bin zur Stelle. Das ist ein großes Tier. Ja, der Pumpkin. Der größte Pumpkin wurde durch ein blutiges Knife hier kaputt gemacht und ich glaub sogar von nem Dirk. Dirk, 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 Dirk. Loll, ich bin in ne Bärenfalle getappt, ich bin in ne Bärenfalle getappt, du! Ich hab's von hier hinten gesehen, mit meinem Sniper hab ich's gesehen, wie du den abgestochen hast. The fuck? Nein, es ist ganz genau, dass Dirk macht. Was ist passiert? Der Sinn ist als gestoppen daran. Okay, wer lebt jetzt noch alles? Ich nicht mehr. Oh. Hier ist... Daniel war hier. Auch tot, war innocent. Ach scheiße, Bärenfalle. Ciao! Wow. Ich hab's grad eben geschrieben, ihr könnt ja mal aber 0,0 mit den Raketenwerfern umgehen, oder? Alter, du hast nur so was zu sagen. Dirk, du bist nur tot das nächste Mal, wenn du vom Tum stehst. Glaub mir, und wenn ich zu dir nach Hause komme und dich eng hinschmetten, als Sniper in den Kopf schieße, ganz ehrlich. Und du wein live. WTF, Alter, ich plante die Bärenfalle und zack, instant was reingegangen. Ich denk mir, fuck. Ach so bin ich in deine reingelaufen? Ja, ja, instant aber. Ich hab die gerade geplantet, einfach nur um die Ecke gegangen und schon stand es auf meinem Hintern mit Wasser drin. Nice. Lol, da ist grad einer. Können Sie bitte aufbringen hier zuerst, Conjon? Lol. Da unten, da unten liegt einer. Wo? Sag mal. Hier. Pumpkin. Ist das dein fucking Ernst? Ja, Daniel Dividd. Daniel Dividd ist es, Leute, habt ihr gehört? Mein Gott. Also, sorry, Pumpkin, aber weissfahrt dich sind schon wieder für eine Darbietung hier. Komm, ich nehm dich jetzt erst mal. Wir gehen jetzt erst mal schwimmen. Boah, wie du voll in dem Wasser mitgehst, ist ja voll stylisch, Alter. Du strauchelst sogar mit. Alter, das sieht voll gut aus. Schwimm mit mir. Schwimm mit mir, meine Jungfrau. Schwimm, Alter. Du bist mein... Alter, ich kann nicht mehr, ey. Wird angeschossen. Vom Turm aus, vom Turm aus, Jonas. Oh, herrlich, ey. Jetzt ist einer im Turm. Fand ich jetzt lustig. Aber genug geschwommen. LOL. Da ist hier doch explodiert. Jonas, später. Wo seid denn ihr Kollegen? Ähm... Da wo du nicht bist. Oh, Alter. Bin ich froh, dass da jetzt grad was war. Hi Pumpkin. So. Ich komm da mal hoch zu euch. Äh, da ist einer mit ner RPG. Boah. Da hat einer ner RPG nachgeladen. Kannst ja gerne hoch gehen und mal gucken. Dann kannst du die Rakete ab. Das war ziemlich äußerst dumpf von mir. Ich verkrieg mich. Nicht grade eine Meisterleistung, meine Damen und Herren. Ich weiß, das war der absolute Ober-Noob-Move von mir. Aber... Humor ist aber trotzdem. Was erwartet, mein anderes von Markus? Was erwartet, mein anderes? Äh, 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 äh... Ich krieg damit, oh, ich sollte vielleicht auftrauen. Dummheit lässt grüßen Sagt ihm eine junge Frau Täglich grüßt die Dummheit Welcher Filmtitel war das denn jetzt Jona, wo bist du denn? In meiner Rose Nicht wo ist deine Hand Sondern wo bist du? Scheiße Scheiße? Das ist ein Ort Ey du hast jetzt ge... Ich tausche meinen Traitor-Kollegen Fakten, ich hab grad abgedrückt Hier immer mit einem Raketenwerk Der stirbt, der stirbt Daniel Ich glaub der war einfach ein PhD-Flopper Ja dann größtenteils der Sachen safe Hättest du mich nach oben schieben? Markus, guck's wie das aussah Ey wie ich mit dir geschwommen bin Ey du hast sogar extra die Arme so mitgestrauchelt Und ich dachte so what the fuck Das sah sehr kratzend aus Das war sehr schön, ja Kriegt ne 10 in der B-Note Wo bist du scheiße? Ja der Goldblock hier Da war es eine Barrett Eine Barrett Markus töten Markus töten Markus töten Hallo Gib mir die Barrett Ich hab dich eben rein Ich weiß dass ich... Macht der mich da jetzt schon wieder fertig Hallo Pamke Oh! Hallo! Ups! Was ist grad passiert? Sorry Yona! Boah der kommt gleich in dein Zimmer Und gibt dir ne richtige Schelle mit Isaketeer Oh mein Gott! Was ist grad passiert? Max hat Yona umgemacht Im Traitor Tester Sorry Ähm hier ist jemand... Na gut Ich geh da nicht rein Wenn Yona Wenn Max da noch nasteht Ich bin ja schon weh Wieso ist das Ding gerade aufgegangen? Wie ist ist der gestorben? Er ist eigentlich rein Ich kann es dir zeigen Komm mal mit Ja Geh rein Aua! Aua! Max hat mich geschossen Ich hab gar nichts gemacht Abgehen Oh Die gelutschten Die lutschten Abgehen Die lutschen Verpiss dich Daniel 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 ist es! Daniel ist es! Ja Ach wirklich? So Kriegst du jetzt auch noch eine von mir mit Komm mach den Scheiße ich hab den nicht getroffen Ja wundervoll Wundervoll Daniel Immer dieser Müt mit diesen losen Zeigefinger Ich fand's lustig David Es tut mir leid Ja ja Ich hab auf äh Ich hab auf äh Daniel seinen Kopf fisch geführt Ich hab auf äh Daniel seinen Kopf fisch geführt Ja 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 weißt du woher der Der Schuss kam? Pumpkin Der kam von mir von Leuchtturm Mit der Schrotflinte Ne Mit ne Rifle Du hast mir doch extra die Rifle hingeworfen Hab ich mir gedacht Okay Also dann Machen wir das halt so Sag einfach mal nichts dazu So ich bin innocent Ich bin ein Traitor Junge was geht bei dir ab Hier mit dem Scheiß Scheißdingern Boah ich hab jetzt so ne geile Idee Als Fump ne Wo wir beim Thema Märchenfrauen und so sind Ja ich nicht Ich auch nicht Nur Pumpkin Fick dich einfach ey Immer ist das Pumpkin Dann kann ich schon mal ein eigenes bestoffen Kind machen mit Let's Play Ich geh mal in den Neto Hallo 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 Ich geh mal wieder durch Du bist mir so unheimlich Hallo Schöne Welt Hallo Leute hier fliegen voll die Sachen durch die Gegend Oh Will jemand ein bisschen Minecart fahren Ja Ja Hast du gerade Plasma Hast du gerade Plasma-Granate dahin geworfen Ich lass meine Granate runter War das Instant Derrick Dirk bei mir Dirk bei mir Ich hab was gefunden Der liegt jetzt hinter Aua Dirk Du bist doch so ein Lutscher Tja So Ich bin Bluven Wer war jetzt der Andere Pumpkin Weißt du Die Scheiß Disco hat mich da runter geworfen In das Feuer Ich hab nur ne Disco geworfen Oh So Last Round Alles oder nix Jetzt wirds entschieden Unten Unten ist die Instant Derrick Dirk 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 Seid doch glücklich Ich hab wenigstens noch den Dater getötet Seid doch glücklich Seid doch glücklich Seid doch glücklich Seid doch glücklich Ich hab mir viel Spaß dabei Ja Karl Marx Max Freunde Wenn ich Traitor bin und Doktor mich tötet Dann tötet ihn Warum glaubst du mir denn nicht Dirk hat's grad weggeballert wie ne Ja Kanonenkugel Wie eine Kanonenkugel Wie eine Kanonenkugel Wie ballerts denn eine Kanonenkugel weg Das und vieles mehr sind sie in der nächsten Folge Galileo Mystery Oh 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 Alter Alter Ah Leute Kwamkön wurde erschossen Jonah ist es Hä Also Kwamkön ist ja tot Pfff Ne missing in action Ja Damit hast du dich verraten Hahaha Da war ja was Schei Da war was Da war das Tötet Markus Er ist schon tot Ganz hinten runterprallen. Ja, dann nur noch Jona. Ja, super. Allein gegen die gesamte... Oh, das ist ja gut. Da hat er gefallen. Wieso, Markus? Wieso? Dummheit, Next Generation. Hey, ich war das nicht. Jona ist hier im Leuchtturm. Die Dummheitritter schlagen zurück, ey. Wer telefoniert? Jona, es tut mir so leid. Und mit diesem Warp verabschieden wird so wie die heutige Folge. Macht's gut. Oh, der war gebetet!